Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Tiefkühlmahlzeiten. Was kommt in meine Tiefkühltruhe? An Snacks, kurze Zwischenmahlzeiten oder abendliche Snacks fürs Abendessen, aber auch wenn mal spontan Freunde zu Besuch kommen, dass man nachmittags was zur Hand hat. Was kann ich für die Brotdose so einfrieren? Was hat sich da bewährt und einfach gezeigt? Und was war vielleicht auch nicht so simpel wie gedacht und ist trotzdem eine schöne Idee? Ein Klassiker bei mir in der Küche ist, das Waffelteig einzufrieren. Das wissen, glaube ich, die meisten mittlerweile, dass man Waffelteig super einfrieren kann. Ich habe das genauso gemacht mit Bananenpancake-Teig. Der besteht ja im Grunde genommen nur aus Bananen, die schon ziemlich reif sind, einem Ei und Mehl. Dafür findet ihr sämtliche Rezepte online, einfach Bananenpancakes eingeben. In der Regel benutze ich meinen Lock'n'Glock-Glas-Container, um eben Sachen einzufrieren. Ja, und dann geht es auch schon los. Alles zusammenmixen, gut verrühren. Manche machen noch ein Spritzerchen Zitrone dazu, damit die Banane nicht so braun wird. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, das macht bei diesem Tiefkühlprozess eigentlich gar keinen Unterschied, weil das Ganze friert so schnell ein, das braucht man nicht großartig präparieren mit irgendwas. Und auch das Auftauen ist relativ simpel. Einfach vielleicht entweder früh morgens rausholen, wenn ihr am Nachmittag Pancakes machen wollt und dann den Tag über auftauen lassen. Oder eben am Abend vorher schon, wenn ihr sagt, wir wollen Pancakes zum Frühstück, dann vielleicht am Abend vorher den Teig auftauen lassen. Und ja, am nächsten Tag könnt ihr den dann einmal mit der Gabel nochmal so ein bisschen durchrühren, vielleicht noch einen Spritzer Milch dazu frisch und nochmal alles umrühren. Und dann könnt ihr den Pancake-Teig oder den Waffelteig ganz normal benutzen. Als nächstes eine Snack-Idee fürs Büro oder wenn man im Homeoffice zu Hause sich eine Kleinigkeit zu essen bereiten möchte, da mag ich ganz gerne auch mal so einen Salat oder Couscous-Salat, Bulgursalat machen. Und hier in dem Fall habe ich einfach Couscous aufgekocht, so wie es auf der Verpackung draufsteht. Ich hatte noch ein bisschen Gemüse vom Vortag übrig, das habe ich dann da auch noch mit reingepackt. Das kann man ja kombinieren, wie man möchte und lässt sich super einfrieren und auch wieder auftauen, sodass ihr dann immer einen Vorrat habt für eure Homeoffice-Zeit oder wenn ihr sagt, ich nehme ins Büro einen kleinen Salat mit, das lässt sich sehr gut vorbereiten und ist eben eine gesunde, nicht fettreiche Zwischenmahlzeit, die einem aber trotzdem gut sättigt und nicht zu voll macht. Und ja, ich bin da ein großer Freund von und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich das rausholen kann und was Frisches, Gesundes essen kann als Snack-Variante, ja, als Variante auch einfach zum belegten Brötchen auf der Arbeit. Das finde ich immer eine schöne Alternative. Als nächstes steht hier stellvertretend schon mal mein Bräter auf dem Herd. Und zwar eine Sache, die vermutlich auch sehr viele von euch machen. Hier in diesem Fall ist es Chili con carne, aber natürlich kann man grundsätzlich, glaube ich, das wissen alle, Hackfleisch-Soßen oder selbstgemachte Soßen, Bolognese-Soßen, Lasagne-Soßen, Varianten gibt es da ja ohne Ende, auch immer gut auf Vorrat einfrieren. Auch ich mache das sehr gerne, besonders in der Winterzeit. Da kann man dann gut abends nochmal eine warme Mahlzeit auf den Tisch zaubern, wenn das gewünscht ist. Und ja, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu zu sagen. Die lassen sich immer wunderbar einfrieren und auftauen, da ist gar nichts dabei. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass solche Speisen einfach nochmal deutlich länger brauchen zum auftauen, als jetzt Gebäck zum Beispiel, Teig oder der eben gezeigte Couscous-Salat. Da muss man schon mal mehr Vorlauf einkalkulieren, um das wieder aufzutauen. Ja, aber nichtsdestotrotz eine absolute Alternative, um warme Mahlzeiten schnell auf den Tisch zu zaubern und gut selbstgemacht vorbereitet zu haben. Ich kann euch jetzt auch meine Erfahrungen berichten zum Thema Brotdosen-Snacks einfrieren. Und zwar habe ich ja in meinen letzten Videos schon so ein bisschen gezeigt, dass ich diese Energieballs von Sallys Welt nachgebacken oder nachgearbeitet habe und diese auch eingefroren habe. Und das hat sich als ganz tolle Lösung herausgestellt. Auch wenn die nicht gebacken sind, halten die sich in der Tiefkühle super. Die lassen sich einfach und sehr, sehr schnell wieder auftauen und sind einfach eine tolle, sättigende Alternative zu Brot in der Brottose der Kinder. Ebenfalls total nützlich und sinnvoll war die Aktion mit den Mini-Frikadellen. Ich hatte euch ja auch gezeigt, dass ich Mini-Frikadellen zubereitet habe und für die Kinder eingefroren habe. Einfach als herzhafte Variante in der Brotdose der Kinder. Also einfach eure Lieblings-Frikadellen zubereiten, nur eben in der Mini-Version ausbacken und dann einfrieren. Und das hat sich als richtiger Renner herausgestellt. Beide Kinder fanden das ganz toll, eine tolle Alternative in der Brotdose. Besonders, wenn man es mal ein bisschen herzhafter gestalten will. Und ja, da war ich froh, dass ich das ausprobiert habe. Lässt sich auch ganz easy einfrieren und wieder auftauen. Dann hatte ich die Idee, Pizza-Bites zu machen. Ich hatte so viele Videos gesehen und habe jetzt hier mal selber Pizzateig in meinem Brotbackautomaten zubereitet und habe diesen selbstgemachten Teig halt schön belegt. Ich dachte mir, das wäre eine tolle Idee für abends als Snack nochmal, um warm zu machen, um rauszuzaubern, eben warm zu machen und den Kindern nochmal anzubieten als Besonderheit zum Abendessen. Aber ihr seht es schon, ich habe mich hier ziemlich abgemüht mit meinem selbstgemachten Teig. Der war viel zu weich und wabbelig. Dann dachte ich, ich könnte das Ganze in Muffin-Förmchen packen, um das irgendwie in Form zu halten, damit es nicht komplett auseinanderläuft. Aber es hat einfach nicht so funktioniert und ich wollte euch das ganz bewusst auch hier in diesem Video zeigen. Ich habe es dann so drapiert, es waren jetzt nicht wirklich Pizza-Bites. Also ich wollte es eigentlich viel kleiner und kompakter haben. Ich konnte die Sachen dann noch essen. Wir haben es dann natürlich auch gegessen, aber wie ich es letztendlich gelöst habe, das zeige ich euch gleich später noch in dem Video. Ja, bleiben wir mal bei dem Thema Muffin-Förmchen. Ihr kennt ja die meisten wahrscheinlich von euch meine Silikon-Muffin-Förmchen und meine Idee war es jetzt, dass ich so kleine Macaroni and Cheese-Muffins vorbereite und diese Portionen dann eben auch einfriere. Die Silikon-Muffins sind natürlich auch für so eine Backofen-Aktion super geeignet, nicht nur für die Brotdosen und das mache ich häufiger, dass ich die auch mal ausbacke und die lassen sich auch super reinigen. Das Rezept, was ich verwende, ist aus dem Magnolia Table-Kochbuch von der Joanna Gaines. Das liebe ich auch sehr, habe ich euch auch schon häufiger vorgestellt. Und da ist eben so ein Mac and Cheese-Rezept drin, was ich für mich so ein klein wenig abgewandelt habe. Aber das ist halt echt eine Bank, also meine Kinder lieben das. Somit habe ich jetzt alles erstmal vorbereitet. Die Soße ist natürlich sehr gehaltvoll, ja, darüber muss man sich schon bewusst sein. Das ist natürlich nur ordentlich, die hat ordentlich Wumms, die Soße, die macht ordentlich satt. Und das ist dann natürlich auch das Gute, dass die Kinder meistens nach zwei bis drei Muffin-Förmchen auch eigentlich gut satt sind. Aber die Soße ist halt echt schmackhaft und jetzt in unserem Fall auch einfach mal was anderes. Das Ganze schön miteinander vermischen und dann einfach in die Muffin-Förmchen einfüllen. Entsprechend gucken, dass es nicht zu viel, nicht zu wenig ist. Nachher vielleicht nochmal ein bisschen Soße nachschütten. Ein bisschen Cheddar-Käse oben drauf und dann ausbacken. Die lassen sich ganz wunderbar innerhalb von einem Nachmittag auftauen und dann im Backofen bei 100 Grad vielleicht nochmal so 10 Minuten aufwärmen und dann sind die fertig fürs Abendessen. An dieser Stelle auch natürlich der Hinweis, dass man, klar, gebackene Sachen wie jetzt hier in diesem Fall, das sind Bananen-Schokomuffins, die hatte ich mir zurückgelegt. Denn ganz ehrlich, wir essen nicht immer zwölf Muffins, wenn ich welche zubereite. Jetzt nur wir vier als Familie, darum habe ich in diesem Fall einfach mal so eine Zip-Lock-Bag genommen und beschriftet. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da, wie und was ihr am liebsten einfriert. Was sind so eure Standardsachen, die ihr am liebsten einfriert und wie friert ihr sie ein? Eher in Tüten oder in Glasdosen oder Plastikdosen? Das würde mich auch mal interessieren, so ein bisschen als Umfrage. In diesem Fall hat das auch wieder super funktioniert und ich konnte diese Muffins dann für einen Tagesausflug für uns einfach rauszaubern am Vorabend. Und am nächsten Morgen waren die natürlich prima aufgetaut und ich konnte sie mitnehmen für den Tagesausflug. Und es ist auch gar nicht weiter aufgefallen, dass die weg waren, die Muffins. Aber ich finde es immer praktisch, wenn man einfach direkt mal eine Kleinigkeit beiseite tut von dem, was man zubereitet und für später aufhebt. In diesem Fall in der Gefriertüte. Und ja, das hat wunderbar geklappt. Jetzt noch die Auflösung zu meinem kleinen Pizzabyte-Debakel. Ich wollte gerne Pizzabites haben, die so schön kompakt sind, dass man sie gut mitnehmen kann auf einen Tagesausflug, dass man sie gut am Abendessen nochmal auftauen kann und aufbacken kann. Ich wollte so schön kompakte, gerollte Pizzabites haben. Da musste ich dann wie die Amerikaner in ihren Videos auf einen fertigen Pizzateig zurückgreifen. Und da kann man sich jetzt gerne drüber streiten, denn ich finde es auch nicht cool, was da alles für Zutaten drinstecken in so einem Fertigteig. Aber es hat hier seinen Zweck erfüllt und man muss dazu sagen, so einen Teig essen wir ja jetzt auch nicht täglich, sondern es hat gut geklappt und ließen sich prima einfrieren, auch prima wieder aufbacken. Das war also wirklich eine gute Sache. Und ich denke, manchmal muss man auch einfach pragmatisch bleiben und funktional bleiben, gerade wenn man Stress hat und nicht viel Zeit zum Kochen, dann ist auch so eine Lösung mal vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, mein Video hat euch ein paar Ideen geben können und Lust machen können darauf, auch für eure Küche ein bisschen was auf Vorrat einzufrieren. Wenn ihr noch Links sucht oder Informationen zu Rezepten oder Ähnlichem, dann schaut gerne hier in die Infobox zu dem Video. Da verlinke ich euch auch meine Frühstückskekse. Besucht mich auch gerne mal auf Instagram. Ich freue mich immer, wenn wir da ins Gespräch miteinander kommen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss!